Konnte er auf alle Fragen antworten? Ja, er konnte. Sie waren ziemlich leicht zu beantworten. Konnte er auf alle Fragen antworten? Nein, er konnte nicht. Sie waren für ihn zu schwer zu beantworten. Konnten sie Radio hören? Ja, sie konnten. Es war zum Hören laut genug. Konnten sie Radio hören? Nein, sie konnten nicht. Es war zum Hören zu leise. Konnte sie eine Apfelsine essen? Ja, sie konnte. Sie war für sie süß genug zum Essen. Konnte sie eine Apfelsine essen? Nein, sie konnte nicht. Sie ist zum Essen zu sauer. Konnte er einen Wagen kaufen? Ja, er konnte. Er war ziemlich billig zu kaufen. Konnte er einen Wagen kaufen? Nein, er konnte nicht. Er war zum Kaufen zu teuer. Konnte er über die Mauer klettern? Ja, er konnte. Die Mauer war dafür niedrig genug. Konnte er über die Mauer klettern? Nein, er konnte nicht. Sie war zu hoch dafür. Konnte er an. Konnte er den Wagen kaufen. Konnte er созн changes. Vielen Dank.